Wir haben uns beide die Höfe unten gelegt. Keine Frage, egal so weiter. Wir haben beide schon losgelegt. Ich bin gerade mit rein zum Kuba. Weitere Scheiße mit der Sehmaschine, was du voran hast. Darum können wir überall hinweg. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja. Oh dann mit 200.000 kann ich Ihnen nicht anfangen. Weil das Fahrzeug gleich mal kaufen denn wir kosten über 700.000. ich weiß es ist ganz nett hier aber ich brauche ich habe nur was für unten ist, ey. Das Blätter scheint dort vorne ran hin. Die Mehlwerke sind voll verkantet. Was ist verpackt? Was ist verpackt? Das sind viele Kugel. Der Kugel. Das ist nicht so schwer. Die Kugel ist ein schwerer Kugel, und dem darf man aber nicht. Kugel ist ein großer FTC in B offended. Ich habe ein Kugel. ja nicht die gleiche Felder, oder? Nein, Fall... Ich nehm gar nicht grün, ich nehm... Es hat nichts mit Wärme zu machen, was es geht, ne? Ich nehm Weiß, ich blätter Eis. Ich fahr jetzt wieder runter. Also, ich würde jetzt aufpassen, es kommt großartig, kleiner Träger mit dem großen Mäder und Ballen, krass. Guck mal, ich fahr die ganze Zeit runter. Ach, da bin ich's weg. Macht eigentlich viel Spaß, sich die ganze Zeit hoch hinter zu kommen. Ich glaub, einmal muss ich auch noch mal runter gehen. Was? Ich auch nicht. Ich glaub, einmal muss ich auch noch mal runter gehen. Ich will noch auf jeden Fall noch einen zweiten Trecker kaufen. Ich hab's auch nicht gekauft. Unnötig. Ich werd noch einen zweiten Trecker kaufen hier. Ja, ich brauch einen zweiten Trecker kaufen hier. Ich auch nicht. Hier hast du kein Geld mehr? Ich hab's schon auf einen drücken, ein drücken. Ich musste nochmal auf die drücken, was ich nicht so gehen. Ich hab's schon auf die drücken, was ich nicht so Europäische? Wir können noch einen drücken, ich glaube nicht so. Natürlich sehen wir noch einen drücken, die drücken. Ich kann eine drücken. Ich weiß nicht so. Ich bin gleich. Und nicht so. Warten wir nicht, wenn ich Pfeffer koche. Kannst ja auch mein... ...lassen. Kannst ja auch mein Drescher ausleihen. Maxi. Weiß ich nicht, warum. Ja, Tukanu werde ich mir auch dann irgendwann kochen. Boah, 200.000 BGR. Was machst du denn da denn? Ich habe gerade Silageballen in der BGR reingeschmissen. Ich habe 200.000 dafür gekriegt. 200.000. Ja, um die Zeit. Ja. Ja. Aber ich habe auch viel Silage reingeschmissen. Oder bei wem könnte man denn Silageballen verkaufen? Wenn ich mal fragen darf. Nee, bei mir kein Smitterland. Ach, was ist gemein. Welche Melvin würden jetzt da freuen? Werden? Werden? Vielen Dank. Ich habe mir gedacht, dass ich mir kippe, weil ich am Ampfund gerade hingeblieben ist. Ja, ich hab das auf die Dunkel in der BDA gemacht. Hast du ein paar, dann kostet es mehr. Ich hab oben noch den MF zu stehen, oder Otter? Da steht da noch, ein Drosser, oder? Wenn nicht, kannst du ja eine Beinpresse bei mir ausmelden, oder so. Was hast du drauf? Das ist schön, ey. Wir haben jetzt was meistens mit dieser Wacht. Was ist das? Nee, ich glaub schon. Akkuleiner. Gar kein. Ich werd mir einen Fiegel kaufen. Klicke. Ja, ich weiß nicht. Den Autoloader. Ja. Ja. Den. Autoloader. Ich denke aber nicht. Aber ohne Autoloader. Ich kann nicht einstellen. Den kann man doch einstellen. Vielleicht wird mit dem LKW kommen. Weil ich ein bisschen ein bisschen realistisch machen will. Weil ich ein bisschen realistisch fand. Weil ich ein bisschen realistisch fand. Und immer aufgebaut. Das müssen wir in KW machen, doch. Vielleicht wird dies auch umbauen, wenn irgendwer. Wir müssen nach Nicky kommen. Ich hab mir einen Öffnuch gekochen. Ich hab das jetzt gekochen. Sorry Otter. Wie kann man die Beine Trotzdem suche ich auf Landen Den vom LKW oder was meinst du? Nee, beim Friegel Ja, die kam halt Vom LKW war ich nicht, weil damals kein Anfall LKW hat man mit dem Auto Doch, den vom LKW Die Warte, ich sag hier Die Fliegel vom LKW haben auch gelohnt Die Fliegel ist auch gelohnt Die Fliegel ist auch gelohnt Die Die Anhänger für die Für den LKW ist vorbei Ja Ja, er hat auch Ja, ich weiß aber welchen die meinst Ja 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 Außer wenn ich zerbroche, dann gibt es die Ja 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 Nein Ja 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 hey wo ist es ein stärkeres ein stärkeres ein stärkeres ein stärkeres du willst gerade bei den marken ich habe nur unter einpressebeutel immer dran du kannst dich heute über otter aufregen äh otter könnte ich jetzt eigentlich neben dem schnellwerks anhänger fahren und einfach so aufladen im schnellwerk einfach nur neben fahren oder ich habe mich fest gefahren was hat kein bock mehr du musst dir den gleichen kauf den ich hab anhänger ja bei den gleichen anhänger musst du fahren jetzt mal den autonauten ich schicke noch mit meinen anhänger weg direkt sieht kleiner aus Du musst schlippen. Ey bitte, ich hab... wenn ich... Das ist meiner. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Ich bin wieder da. Du musst dabei sein können. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Ich komm gleich. Ich komm gleich mit. Ich komm gleich mit. Ich komm gleich. Ich komm gleich mit. 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 Jetzt hat er ja noch einen Baum mitgenommen. muss der nimmt den Buss, alter was machst du? hehehehe merk ich hehehe 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 Das heißt noch gar nicht, wie ich ihn weiterhänge am Besuchensstelle. Hauptposition steht, ob ich durchkomme ist die nächste Sache. Steht jetzt noch von hier oben, oder? Ja, äh, Ding, oder? Und der Drasach sieht noch von hier oben. Ja, ist gut. Gut. Ich weiß, ob Feld 49 einfach eine Graswiese in den unten drin ist. Ja, ich weiß nicht, wie ich die Pferde und Graute. Nee, ihr könnt, du kannst du bei mir auf dem Hof tanken. Ja? Hast du lange Weile, oder? Ja, oder nein? Ich weiß nicht, wie ich das nicht kauf. Ich muss später nehmen. Wäre ich das hol zu? Göttinger, mit Sparta-Tablage. Ja, ich wollte mir keinen Sparta kaufen. Ich sag dir nur eins, ein Sonntagfahrer fährt grad, ja. Wo fährst du lang? Unten oder oben? Also fährst du über Feld 25 oder unten wieder lang? Du fährst bestimmt wieder unten lang, oder? Mach mal. Mach mal, ich fahr auch unten lang mit Shrusha, der mit 25 kmh fährt. Nein, nachher wenn du runterfährst. Den, 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 den. Den, 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 den. Ich fahr grad mit rundem Leuchschweig. Kannst du hinten noch was anhängen? Geht eigentlich. Weil ich bräuchte noch einen Ladewagen. Ja, und den kannst du eh nicht mitnehmen. Ah, der ist noch nicht so wichtig, oder? Denk denn was? Ich hab mich weitergeholt. Warum? In deinem Boss noch runter. Sein Hof heißt wirklich Otter, der King, alles klar. Also ein King, äh, Beinanhänger kaufen nicht. Na... Ah, ich weiß, was ich gleich mal mache. Gleich mal anfangen zu mähen. Hast du falsche Schneider weggekauft? Könnte sein können. Was hast du denn falsch gemacht? Was? Gar nicht. Das kann man nicht zusammenhängen. Kannst du eins vorne und eins hinten anhängen. Das war ja... Ich hab' den Kopf bei dir nicht. Ich hab' den Kopf bei dir nicht zwölft. Ich hab' den Sammheimn. Ich hab' den Kopf bei dir nicht zwölft. Ich hab' den Sammheimn. Was? Du hast am Pfeil Ding. Ey, du hast so reichen. Beintrisschen? Das ist ein Pfeil. in Witzung und da kann noch mal es noch mal runter die Kampel und geschossen um ich bin hatte immer noch die Strafe mit dem Tröscher weil ich gerade zweimal stehen geblieben ein ich guck grad nur was am Hof deswegen so grad mein MF nein ich bin schon am Hof ich war jetzt anfang zu nähen Alter Alter komm als Maul mein Mähwerk ist schon wieder umgekippt nur weil ich vorne den Trecker angehoben hab ist mein Mähwerk drüben umgekippt weil ich jetzt den Klaas den Frontladernbau ich glaub ich werd den Klaas gar nicht zu nähen nehmen weil den Frontladern nie abmachen werde was 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 ja was ich dich du hast vielleicht teure Sachen als er ne ich hab jetzt zwei Traktoren deswegen ein Droscher ach du ne 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 was ist das weg und dem einen hängen das erhält das nicht mehr ernte ne, meine Graswiese ach, da wird nichts angezeigt, also kann ich so weiter ernten ja, oh Gott Weiß ich nicht, wieviel er gekostet hat. Sei still. Weiß ich nicht, wieviel er gekostet hat. Weiß ich nicht, wieviel er gekostet hat. Weiß ich nicht, wieviel er gekostet hat. Jetzt schon was sinnvolleres und mehr. Das ist scheiße, Alter. aber es war gar keine Graswiese oder welcher die Gleichter die am Hof ist ja kann ich trotzdem noch Geld leihen das ist ein Glas so gelassen achso äh Fullenfarbe meinst du äh weiß herr warum mach ich mich grad auf der Enten nicht ja Otter nicht 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 Ja, das war. Ach, da brauchst du nur einen Dimmler steuern, würde ich nicht sagen. Hihihihihi Die neue Fiederstelle Hab ich aber gerade vorhin schon gesagt, dass sie keine Dings hat. Und da fängt auch an zu nehmen. Ich bin ein Frick. Hast du eine Schneidergasse? Nein. Glas. Glas. Klaas. Von Föttinger. Klaas von Föttinger und Föttinger. Nein, alles von Klaas und alles von Föttinger. Mit dem Schmerzabteil und dem von Föttinger. Aber unnötig denn jetzt Klaas und Föttinger? Ich habe Felt 57 und Felt 4, äh Felt 7, ne Felt 5, 6, 3, die Dimmel, ich weiß. Ja, ich weiß zwar was du meinst, ähm... Ja, hau. Alter, was musst du lange noch am Shop? Seit dem ersten Jahr Ich habe ihn mit dem ersten Jahr Ich habe ihn mit dem ersten Jahr Ich habe ihn mit dem ersten Jahr